jo Leute was geht ab heute bin ich mit einer info hier in den nächsten zwei bis drei wochen wird es sehr wahrscheinlich einfach gar keine videos mehr geben wenn ich dann wieder videos mache werdet ihr vielleicht erfahren warum ich kann euch aber noch nicht garantieren dass ihr es erfahren werdet danke für das verständnis schaut trotzdem meine videos fleißig ja weitere infos gibt es auch wenn ich mehr infos zu sagen habe ja schönen abend noch und tschau